Ja, willkommen hier zu FIFA 18, dem WM-DLC. Ich dachte mir, da die WM ja gerade total im Hype ist, mache ich das jetzt auch. Und bevor wir anfangen, erstmal danke EA. Meine Fresse, ein Scheiß-Update. Und ihr kriegt mich fast zum Ausrasten. Na gut, kommen wir zum Spiel. Schauen wir uns mal an, was Deutschland heute zu bieten hat. Gerade schauen wir die deutsche Nationalhine. Und jetzt die mexikanische Nationalhine. Die Fans sind auf jeden Fall heiß auf das Spiel. Wir haben ja auch lange genug gewartet. Und da steht unser Bundestrainer. Hier haben wir auf jeden Fall die Aufstellung der Deutschen. Wir müssen mal ehrlich sehen, was die Deutschen daraus jetzt machen. Können sie gegen Mexiko bestehen? Hier die mexikanische Aufstellung. Und damit geht das Spiel los. Und damit geht der Sammlinggriff an Reus. Und dann an Werner. Was macht der denn? Hader kann das selber nicht fassen, dass er es so verzogen hat. Fuß führt aus. Jetzt wieder Deutschland im Vormarsch. Gerne. Hader. Leider nicht. Jetzt sind Mexikaner. Ah, da muss doch mehr kommen. Werner, kein Upside. Er könnte. Deal zu schwach. Also für einen so starken Stürmer wie Werner, muss da einfach mehr kommen. Ah, er hat auch verzogen. Er hat den Ball nicht richtig getroffen. Ich habe schon fast das Gefühl, dass hier dieses Highlight-Video, unser kleines Orate zu Deutschland gegen Mexiko, wirklich nur aus deutschen Szenen bestehen wird. Oder so 90%. Jetzt Werner. Und Werner! 1-0 Deutschland. Sehr schön. Damit jetzt die deutsche Mannschaft in Führung. Das gibt uns Hoffnung für das richtige Spiel. Heute um 17 Uhr. Wer sieht. Reus. Oh, wie knapp war das denn? Schade. Ein sehr schöner Schuss hier von Reus. Gerne mehr davon. Werner. Und zurück zu Özil. Der ist jetzt frei. Oh, das wird ein Fehlpass. Nein. Reus. Özil. Und? Rüber. Was hat denn Özil heute mit? Ah, der Junge ist einfach nicht in Bestform. Er spielt schon wieder drüber. Wenn auch nur knapp. 1 Minuten Nachspielzeit. Platz für die Mexikaner. Man, das ist leider an Hummels zum Ball verloren. Und damit gehen wir auch schon in die Pause. Und weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Mexiko hat den Anstoß. Wer könnte jetzt was draus machen? Rüber zu Reus. Rebira. Gooooh. 2-0. Sehr schön hier. Mit dem Pass in den Startraum. Damit hat der Kika nicht mehr gerecht. Sehr, sehr schön. Und damit dürfte uns der Sieg auch sicher sein. Werner. Müller. Müller. Reus. Eus. Leider nein. 5 Minuten zu spielen. Reus. Rebira. Werner. Reus. Oh, drüber. Wie knapp. Oh. Deutschland wechselt. Reus gegen Draxler. 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 Brasil. Werner. Und oh. Gerade so rausgehalten. Von dem mexikanischen Kiefer. Sehr knappes Ding. Hier sehen wir es nochmal mit der Torlinien. Er war nicht drin. Er hätte Deutschland ausgeführt. Wieder von Kuz. Wieder auf Draxler. War leider nicht drin. Und das war's. Deutschland hat das erste Spiel gewonnen. Wir hoffen, dass es beim richtigen Spiel heute um 17 Uhr genauso aussieht. Dass wir dann unsere ersten drei Punkte in der Gruppenphase holen können. Damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Open Beta. Bis zum nächsten Mal. Wii U- kicking. ожно. Wes Luna. Wir können uns für zehn Mal. Was wir Captioning a Dob材.